Leute, ich bin wieder zurück. Ja, irgendwie noch nicht so bereit hier. Noch nicht so richtig ein Gelümmel auf der Carriage. Die anderen kommen bestimmt auch noch so. Was heißt, ihr sammle die Fässer. Tagesaufstieg habe ich alle erfüllt. Das heißt, wir spielen weiter Event. Ich überlege gerade, wo spielen wir am besten die Mission. Sammle die Fässer. Ich weiß nicht, Plankarton? Also ich würde mal stark annehmen, dass diese Fässer dann wohl irgendwo in der Stadt sind. Also spielen wir mal Stadt-Plankarton. Ausrufezeichen. Ja. Wo denn? Wo denn? Da. Siehst du, ist doch dieses Fass. Interessant. Jetzt blind oder wo ist das Fass? Da ist es doch, oder nicht? Ja. Warte mal, drei Fässer waren das, glaube ich. Okay, fünf. Das beantwortet jetzt immer noch nicht die Frage. Ja, ich bin auch blind. Also ich muss mir nachher auf jeden Fall meine Brille mal wieder aufsetzen. Ich sag nix mehr. Oh, die Granaten, wenn man es trifft, dann ist es echt geil. Jetzt war auch nicht so viel los. Jetzt gehe ich doch nochmal mal wieder nach drüben gucken, nicht, dass da was passiert. Ja, ich höre da noch jemanden. Das fühlt sich nach den epischen Minibus an. Ne, doch nicht. Weil ich den gleichen Gedanken gehabt habe. Ach, ja. Ach, jetzt habe ich die Pistole wieder. Keine Ahnung. Ich glaube, das war sogar die letzte Welle. Aber, ich hoffe doch, nochmal will ich die Mission nicht spielen. Das ist es. Der Schutzbunker ist jetzt einsatzbereit. Oh, der ist jetzt einsatzbereit. So, was ist jetzt los, Wellerchen? Mitspielen oder nicht mitspielen? Oh, der ist jetzt mal so, die muss ich auch nochmal spielen. Der nennt er 34. Ist doch die 34 jetzt wollen wir noch nicht. Ja, hier zum Beispiel. Ach so, ich muss Datenbeschaffung spielen. Aber jetzt ist René da. Was machen wir jetzt? Ja, ich schaue sie alle weg nochmal aus. Jetzt spuckt er mal ganz große Töne. Sympathisch, Dinger. Also, hier steht, was müsst ihr denn überhaupt spielen? Weil ich hier steht bei mir jetzt, Plankathon steht, schließe zwei Datenbeschaffung Mission in der 34er-Zone ab. Ah, klar, Level 100. Wir haben gestern Level 70 gespielt. Alter Schwede, das war ja... Das war übel. Es hat nicht mal zwei Sekunden gedauert, schon war ich tot. Ja, wollte ich mir auch noch holen. Ich sammle jetzt noch ein bisschen Gold. Ja, die will ich mir auf jeden Fall holen. Aber es sind auch ein paar geile Fallen dabei. Ja, glaube ich. Sturmgewehr oder nicht, ne? Ja, eben. Ähm, aber wie kommt es, dass du die wieder so schnell leveln kannst? Lass mich ruhig hier alle allein, ey. Als wenn ich das jetzt noch schaffe innerhalb von... Ach. Oh, das wird hier gerade... Oh, ich hab hier einfach zu viele von dieser Seite. Warte noch, warte noch. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das schafft er nicht, das schafft er nicht, das schafft er nicht. Komm einfach zu viele durch, Anja. Ich schaff das nicht. Scheiße! Fuck off! Nein! Das gibt's doch nicht! Es ist durch, wir sind durch. Doch, mein Gott, dass wir das noch geschafft haben, das war aber richtig kackeengeschichte. Also ich hab echt Kackstift gekriegt hier. Lass mich das nächste Mal bitte barkeln, okay? Ja. Zeig mir deine beste Technik, wie auch immer. Ich hab da aber die Stand auch scheiße da kommen. Du hättest wahrscheinlich so eine Pyramide gemacht. Auch so. Böllerchen? Ähm. Das ist ein Date bei World of Warcraft. Was heißt denn das jetzt bitte? Ist das deine Hauptmission? Ne, das ist Event. Hauptmission ist immer noch, äh, noch, jetzt müssen wir noch einmal Datenbeschaffung abschließen und dann ist die Mission beendet. Da steht ja nur zweimal Datenbeschaffung. Ja. Nitzwitz. Nitzwitz. Gut. René kommt auch nicht wieder rein. Nö, ich geh jetzt einfach zum anderen Ausrufezeichen. Ist mir jetzt scheißegal. Wir können uns jetzt hier drei Tage zu suchen. Das ist ein Pissding, du. Ah, jetzt hab ich jetzt, weiß ich, was ein Gegenstand das ist. Einen hab ich gefunden jetzt auf jeden Fall. Ja, Wahnsinn. Der lag aber offen auf dem Boden rum. Warte mal, da hat doch jemand anders die Konsole gefunden gerade, oder nicht? Meine Fresse, ne, eigentlich. Okay, dafür gibt's wenigstens eine Fünferkiste als Belohnung. Vielleicht können wir aus dem Verlauf noch etwas lernen. Wir kommen schon näher. Ich habe keine Tonprotokolle gefunden, aber dafür einiges früher Entwürfe. Hier hab ich was. Projekt Schneider. Anzug zur Eindämmung feindlicher Kämpfer. Das scheint schon mal das richtige Areal zu sein. Such weiter. Die Daten sehen gut aus. Das ist eigentlich easy hier noch, ne? Oh. Das wundert mich eigentlich. Wie gesagt, das ist nicht für vier Mann. Das andere, was wir hatten, das war mit Schwierigkeit so. Aber ich glaube, ich bin auch immer noch schockiert nach gestern. Ich versuch's jetzt nochmal mit dem Stream. Chat. Slack direkt. Ah, es ist zum Kotzen nur. Ich muss vor allem warten. Telekom könnte mir die 100k-Leitung hier liefern, aber... Aber nicht U2 halt. Nicht im Moment. Was hast du jetzt für eine Leitung? 50. Und bekommen tue ich 43. Nö, aber trotzdem, jedes Mal, wenn ich mein Handy zusätzlich anmach, und es sind ja eigentlich soweit nicht so viele Geräte jetzt online oder so, dann gibt's halt Probleme. Und dann hakt's jedes Mal. Also gestern war's nicht so, aber heute merk ich das schon. Ne, da, 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 da geht die Tastatur. Oh, Struck, bloß nicht. Sag ich doch. Steine sammeln! Meinst du, da kommen wir nicht noch mehr Karten? Du musst erst mal zu den anderen kommen. Ja, wir haben ja noch Zeit bis Oktober. Nein, ich meine jetzt. Aber nachdem. Moin Marlon. Kannst du... Natürlich kannst du mit dazu kommen. Du warst vorhin gerade wieder im Game und deswegen hab ich dich nicht eingeladen. Klar. Komm mit rein. Hm. Ramirez, ich glaube, das solltest du dir anschauen. Jaja, labla. Nicht so viel labern. Wällerchen? 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 Was denn? Wällerchen? Ich glaube, ich lad noch jemanden mit ein. Ja. Ja, ja, was? Ja, Maam. Ja, Maam. Ja, Maam. Ja, Maam. Lauter! Ja, Maam. Auch Spanisch! Äh... Sonn und Scherz. Blut. Lass uns ein Verbeutel. Ist gar nicht online angezeigt. Okay, achso, ich bin noch nicht fertig. Ich muss hier... Ne, wir machen Plan-Karton gleichzeitig. Also nächste Mission ist bei mir. Schließe die Bekämpfe-den-Sturm-Mission in einer 34er-Zone ab. Das eine. Schließe eine Bekämpfe-den-Sturm-Mission der Katastrophe 2 in einer 34er-Zone ab. Also beide jetzt einmal spielen. Und da kann ich das Event gleich mitmachen. Warte mal, hier haben wir zwei Kategorien. Müssen wir auch spielen. Die kriegen wir ja wenigstens Blog-Buzz-Artikel und so. Also die sind ja auch 34er-Zone. So viel Auswahl haben wir da jetzt ja auch nicht. Voll für alle ermühend. Entschuldigung, dass ihr nicht immer nur Action habt. Oh Gott, Jungs. Oh, ihr seid da hinten alle. Okay. Also ich leuchte mal Orangen auf. Das ist echt komisch. Ach, das ist ja gar nichts. Nur 30 Sekunden. Kann man eigentlich auch irgendwann wieder verschiedene Tänze bekommen? Nee, ne? Das wäre cool, wenn es sich vom Battle Royale gäbe. Ja. Das wäre ja ganz cool. Kugeln, Schwerter und Granaten zu weglaufen, kann ich euch raten. Von mir. Ha! Lappelschlag! Ablass, mehrfach, Sieg! Wenn du meine Beute klaust, setzt es was. Kein Scherz. Also die Mission war ja mal gleich. Ja, klar. Ich werde mich jetzt zurückziehen. Was willst du? Ich uriniere mich jetzt in Fort. Achso, du urinierst dich in Fort. Das ist aber gefliegt, ausgeduld. Ja. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei deinem komischen Spiel. Was ist denn nett? Zehn Stück, ja. Du drehst ja auch durch. So, ich muss bekämpfen für den Sturmzonen noch. Bleibst du noch da, Marlon, oder? Ich ärgere mich eigentlich total, dass ich die ganzen Fallen jetzt in meinem Sturmschild schon aufgebaut habe. Das werde ich auf der nächsten Karte anders machen, auf jeden Fall. Ja, aber ich habe es immer so gemacht, alle Fallen, die ich so gefunden habe, habe ich da mal deponiert. Und das ist natürlich total unschnau jetzt. Eher die Fallen kaputt machen und wiederverwerten. Und dann die guten Skizzen nehmen und neue produzieren. Also das ist nicht vielleicht auch deine? Pass auf, die Festung wird angegriffen. Wir sind jetzt bereit zur nächsten Festphase überzugehen. Eine sind so... Esiree, bereite die Gruppen für die C-Tabelle in den Saar und vor. Esiree. Esiree, ein Baunname, der früher, die heute ist, gewaltig ist. Was bist du um den Namen? Berüfte Esiree. Oh, wenn die spricht, dann versteht man immer gar nichts. So, eins gefunden. Jetzt komme ich zu dir. Oh, das klingt aber nicht nach mir. Das erklärt wohl auch meine getrübte Erinnerung. Danke. Du kannst herunterfahren. Wer ist diese Frau? Es war mir. Habt ihr schon gemacht? Nein, das war die anderen Spiel. Das sind die anderen Spiel. Scheiße, jetzt finde ich den hier nicht. Was ist denn da? Was ist denn da? Nein. Nein. Alter, jetzt finde ich diesen scheiß... diesen scheiß Ausrufezeichen nicht. Nee, jetzt. Also, das glaube ich ja wohl nicht. Doch, jetzt habe ich ihn gefunden. Oh, Gott sei Dank. Die letzte Sekunde ungefähr. Ja, ich meine, okay, man kann das ja jetzt jedes Mal mit den Missionen verbinden, ne? Aber... Dann kommt man ja schneller voran. Ich leuchte trotzdem immer noch orange auf. Ich komme jetzt, wo es vorbei ist. Wieder zurück. Ja, kein Problem. Ich spiele auf jeden Fall noch... Also, jetzt eine Mission spiele ich auch noch und dann gehe ich auch noch mal raus. Ja, immer um 0 Uhr aus. So, in der Woche um halt um 10. Aber das habe ich halt immer ausgedrückt, indem ich von meinem Bruder die PSV genommen habe. Aber das wurde halt auch Montag nochmal. Die haben erkannt, dass du Hartzuchtest, ja? Oh, ich glaube, ich kann mir gleich einen Namen aus wiederholen. Du bist der Grund, warum sie zurückkämpfen. Du bist ihr Vorbild. Du bist der Grund, warum sie zurückkämpfen. Du bist ihr Vorbild. Wäre ich der sanfte, sentimentale Typ, würde ich das gleiche sagen. Bin ich aber nicht. Du musst halt nehmen, was du kriegst. Ja gut, okay. Dann bin ich mal raus hier. Schön, dass ihr noch da seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, mir ein Like da zu lassen. Abo, Glocke und so weiter. Das Ganze gedöhnt. Ja, und dann sehen wir uns auch das nächste Mal. Bis dann. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.